Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Battlefield Hardline. Oh Gott, ich muss mal ganz kurz... Entschuldigung. Meine Stimme haut ein bisschen ab. Ja, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Wir spielen, wie ihr seht, Conquest. Conquest Klein. Ich habe mich für Conquest Klein entschieden. Ich habe in der Runde versucht, Conquest groß zu spielen mit 64 Leuten und 1000 Tickets. Das war... Boah, ging gar nicht. Deswegen spielen wir jetzt Conquest Klein. Und der Sound ist immer so ewig pervers laut. Ähm, ganz kurz. Wir müssen das Gebiet unter Kontrolle kriegen. Ja, dann wieder extrem sniper-lastig. Die Maps oben. Wie ist das? Wieso konnte ich... Warum hat der nicht auf die Waffe umgeschaltet? Griesst dich um, stehst du drei Gegner gegenüber. Äh... Sterben. wir müssen wahrscheinlich nach unten ich habe doch gar nicht kasselsbunker die kreis auf dem kreis sprengt das ist angebracht Okay. Shoot. Die haben uns gerade aus dem eigenen Gebiet geschmissen. Das ist der Abschottsteller. Okay, das ist geschafft. Jetzt müssen wir sie noch draußen halten. Nice. Ich töte keinen Abweich. Dann wäre es noch jemand. Das war jetzt eher mehr so ein Blindflug. Oben auf dem Dach ist einer. Der sitzt oben auf dem Dach. Scheiße! Fick dich! Ah, Entschuldigung. Ach, Mann. Ey, woher wusste ich, dass ich komme? Ich sitze mit einer App! Oh, du bist doch... Ich... Du bist doch einfach nur ein Witz, Junge. Werf eine Granate! Hey, ich werde hier festgenagelt! Hier kommt Munition! Mach mal ab! Mach mal ab! Wir haben die Kopf vertreten! Jetzt müssen wir die Schatten halten! Medikament! Ich bin festgenagelt! Ich höre hier nur Schüsse, aber ich seh' hier keinen! Ich höre hier nur Schüsse, aber ich seh' hier keinen! Ich höre hier nur Schüsse, aber ich seh' hier keinen! Ach komm schon, ist noch ein Kratzer! Weiter los! Genau! Ist noch ein Kratzer! Eitert wieder raus! Oh, meine Stimme haut grad so'n bisschen ab, hab' ich das Gefühl... Nein, ich will nicht krank werden! WTF, ne? Ach, jei, 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 ich bin wieder so schlecht, ey! Wer denn mit Sniper oder mit Shotguns ist? Da rennen 6 Mann an mir vorbei und da kann mir keiner sagen, dass da ein Sunny dabei ist... der mich wieder hinstellt... Und wieder schön in den Kopf geschossen, aber Dass Headshots hier nicht tödlich sind, wundert mich immer wieder Der gammelt auch nur die ganze Zeit hier an dem Punkt rum Natürlich Wunderfuck Da liegt der da einfach Ich hab nicht gesehen Fuck, den hab ich echt nicht gesehen Verdammt, wir haben das Gebiet verloren Oh, der ist wieder Sehr gut Scheißvergissniper Alter, klar Was haben wir denn für Gott, ich spiele es Was haben wir denn noch für Waffen im Angebot Was ist das 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 Wir haben das Gebiet Wir haben das Gebiet Defopriert worden Hier kommt ein Medikip Warum hat er das? Wo geht es denn hier hinten lang? Ah, scheiße. Ah, das hat er gut gemacht. Geht mal zur C. Da ist einer! Die Gruppen sind weg! Jetzt müssen wir die Stellung nur noch halten! Hm. Ist ja ein bisschen öde gerade. Wir haben das Gebiet unter Kontrolle! Wir haben das Gebiet unter Kontrolle! Die schmeißen uns hier aus unserem eigenen Gebiet! Da ist dein Kopf! Ja, die sitzen wieder genau über uns! Feuer frei! Wir verlieren aber gerade ganz gut unsere Punkte hier! Ja! Wir haben das Gebiet! Ach, nehmen wir mal jemanden vom Halt! Das Gebiet ist sauber! Wir haben das Gebiet! Hier! Funktion! Danke! Brauch ich es doch nicht, aber... Nehme ich trotzdem! Ist kostenlos! Ah, hier ist der Eingang zu dem Bunker, oder was? Wo kam der denn her?! 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 Ich glaube aus dem Spawnbus! Er war in mir drin, ich fühle mich so vergewaltigt! Wir haben unser Gebiet! Sniper! 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 So nicht, mein Freund! So nicht, mein Freund! Ich muss nachladen, ernsthaft! Waffe leer! Ich kann ihn nicht wieder hinstellen! Das verstehe ich manchmal nicht, diesen Bug! Kann mich nicht bewegen! Hilf mir mal jemand! Ich bin doch bei dir! Hey! Hier ist dein Medikin! Wir kommen zu dem Werk! Wir halten die Stellung! Uiuiuiuiuiuiuiui! Also gut, dieses Gebiet gehört uns! Ach, überraschenderweise sind wir sogar am Gewinnen! Einer weniger! Upsiii! Alter! Was geht denn hier grad ab? Ah, da schießt einer mit der Sniper und äh... mit dem Schalter drauf! Oder mit so einer Sniper! Oder mit so einer Sniper! Oder mit so einer Sniper! Die Cops sind aus dem Weg! Gebiet unter Kontrolle! Sind sieben? Ja, läuft doch relativ gut! Hab ich das gehört! Ach! Das ist einer von mir! Entschuldigung! Ach sim! Da ist auch noch einer von mir! Wir haben das Gebiet unter Kontrolle! Was wird denn schon wieder gezogen? Ah, wird schon wieder gezogen! Ah, so Conquest ist echt nicht mein Ding! Was ist denn hier mal? Ich werfe eine Brandpumpe! Ist hier irgendwie noch ein verstecktes Ort? Ah, das hätt mich grad nicht! Also das hätt mich grad nicht! Ich geh mal zu A! Da oben können sie sich wieder rum! Scheiße! Ah, das war jetzt meine eigene Schuld! Oh, ich hab ihn aber noch ganz gut erwischt! Hilfe zieht das Kill! Ach wie er da liegt! So die Beine! Überschränkt! So ganz gemütlich! Scheiße! Granate! What the fuck! Oh, diese scheiß Granaten, ey! Die haben so eine krasse Reichweite! Ja! Entschuldigung, ich wollte heute was treten! Sieht schon gleich viel besser aus! Scheiße, der ist tot! Hier ist ein Medikid! Hab ihn erwischt! Hier hast du ein Medikid! Wer hat sie verzieht? Er darfst du nicht einmal heißen! Läuft gerade gar nicht so schlecht! Schau mal, wenn ich das sage, sterbe ich kurz darauf! Geschafft! Sehr schön! Also ich frag, wo die Tür hier hin ist! Das war ich! Spidermian! Ich habe Spidermian getötet! Ich habe keinem erwischt! Alter! Was geht denn hier gerade ab? Ja, das Ziel renne ich jetzt nicht! Das ist zu weit! Alter! 23,9! Und ich nehme es mal auf! Ich weiß, es kommt sowas nur, wenn ich nicht aufnehme! Und jetzt habe ich vergessen, natürlich einen Aufnahmeknapp zu tun! Nein, kostet er mich! Ich habe ein Medikid! Der ist erledigt! Ich kann mich nicht bewegen! Ich bin ein Medikid! Nein, ich bin kein Medikid! Ihr habt uns gerade in den Arsch getreten! Alter, ich hab den der Os wieder voll im Kopf getroffen! Schön aus der Dead Zone heraus Snipern! Ey, sowas liebe ich immer wieder! Alter, hinter dem Stein ist das super! Hinter dem Stein ist das super! Hinter dem Stein ist das schon Dead Zone! Hinten wir, hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Oh, da scheint es gut abzugehen an dem Punkt. So, wie viel haben wir denn noch? Naja, es ist doch gleich vorbei. Wenn wir jetzt für 600 Tickets so lange gebraucht haben... Wenn sie so lange hier hat, fliegt raus in der Baumtippen. Was ist das für denn? Nicht los! Sie haben einen von uns erwischt! Nice, Alter. Irgendwie klappt es heute. Hey, da ist ein Medikind! Ah, da wird später gesnipet. Wenn du keine Skills hast, holst du das Snipergewehr raus. Ah! Oh! Ah! Oh! Ich hab gedacht, ich krieg noch die 30. Vielen Dank, dass ihr zuschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, schaltet morgen wieder ein. Bis dann. Ciao.